Der Umgang mit Geld bedeutet immer auch Verantwortung. Deshalb sorgen die Volksbanken Raiffeisenbanken dafür, dass sie ihr Geld immer und überall sicher verwalten können. Mit ihrem Girokonto können sie ihre alltäglichen bargeldlosen Zahlungen per Termin oder Direktüberweisung ausführen. Für ihre regelmäßigen Transaktionen, wie zum Beispiel Miete oder Versicherungen, können sie einen Dauerauftrag einrichten und diese so fristgerecht und automatisch erledigen. Auch ihr Gehalt oder ihre Rente gehen auf ihrem Girokonto ein und sie können Bargeld einzahlen und Rechnungen begleichen. Mit der VR-Bankkarte oder einer Kreditkarte bezahlen sie unterwegs bargeldlos und sicher. Die dafür benutzten hochsensiblen Daten sind bei uns zuverlässig vor Missbrauch geschützt. Mit dem Online-Bezahlverfahren P-Direkt ermöglichen wir ihnen modernes Einkaufen im Internet und zwar ohne Risiken, weil die Daten ihres Girokontos mit P-Direkt dort bleiben, wo sie hingehören. Nur bei ihrer Bank. Auch wenn sie die VR-Banking-App nutzen, gelten unsere hohen Sicherheitsstandards. Ein Dispo-Kredit ermöglicht ihnen finanzielle Freiräume und Flexibilität, sollten sie kurzfristig etwas mehr Geld benötigen. Über ihr Online-Banking können sie rund um die Uhr und überall ihre Bankgeschäfte erledigen. Benötigen sie einmal Bargeld, ist einer der rund 19.300 genossenschaftlichen Geldautomaten in Deutschland auch in ihrer Nähe. Natürlich können sie je nach Kartenmodell auch weltweit am Geldautomaten abheben. Informieren sie sich online oder lassen sie sich in einer der rund 12.000 Filialen genossenschaftlich beraten. Mit der Finanzberatung, die erst zuhört und dann berät.